Das ist der Aufbau von meinem Ladegerät. Da kommen 35,6 Volt und die gehen in den Plus vom digitalen Ampermeter rein, gehen wieder raus und speisen diese drei Lampen, so dass ich 36 Volt Verbraucher habe. Die Anzeige vom Ampermeter zeigt diffuse 0,01, dafür die Spannung exakt. In Reihe dazu habe ich ein analoges Ampermeter geschaltet, ein FIFA-Messer. Dieses zeigt mir korrekt den Strom von 1,5 Ampere analog an. Ich würde gerne einen anderen Hersteller bevorzugen, aber ich habe das Loch schon ausgeschnitten und bitte Sie dringend um Erneuerung dieses digitalen Volt Ampermeters. Ich hoffe, die Videoaufnahme ist Ihnen genug. Danke.